Der Sommer rückt immer näher und langsam aber sicher müssen auch die Promis ihre Figur in Form bringen, bevor die Bikini-Saison in eine neue Runde geht. Das hat sich offensichtlich auch Daniela Katzenberger gedacht. Auf Instagram präsentiert sich die 32-Jährige jetzt selbstbewusst, bauchfrei und mit Sixpack. Aber etwas anders, als man im ersten Moment vielleicht denkt. Denn die schöne Blondine hat sich ein Springseil um den Bauch gewickelt und schreibt, mir wurde im Fitnessstudio zu einem Springseil geraten, jetzt ab in die Sonne damit und fertig ist der Sixpack. Ein Sixpack der anderen Art. Ihre Fans lieben den humorvollen Schnappschuss. Du siehst aus wie ein Rollbraten, dein Humor ist der beste und erinnert mich eher an einen Rollbraten, heißt es in den Kommentaren. Für ihren Humor wird die schöne Blondine von ihren Fans gefeiert. Die Katze ist eben herrlich ehrlich und nimmt sich selbst nicht allzu ernst. Von dieser Einstellung kann man sich definitiv eine Scheibe abschneiden.